Mach ja schon mit deinem Lied, wenn wir, wenn wir. Be-Lalem, Be-Lalem. Mein Marvin ist mein Baby. Marvin ist mein Pumuckl. Das ist genau das, ich finde. Ich krieg jetzt noch. Was sagst du? Soll ich hier Chips essen? Oh, guck mal Kamera! Ah, ist keine. Guck. Boah, du hast auch gut die Chips, ja. Oh Allah. Boah, sogar Schafe, Alter. Bester Mann, der jetzt am Job auch aufbringt. Aber nicht jetzt chillen, eine Runde noch, dann kannst du erst mal essen. Spätestens die Fresse. Ich hab schon meine dritte Packung Chips fast weg, Alter. Heute ist Freitag, ne? Morgen muss ich einkaufen gehen. Morgen muss ich auch noch die Chips kaufen. Ja. Ich hab auch noch eine Packung. Ich werde morgen nach Kaufland gehen. Ich bin echt extra hoch. Morgen ist Feiertag. Ja, ja, Feiertag. Wie, morgen ist Feiertag, was ist denn morgen? Heiligen Drei Könige, glaube ich, oder? Ja, Junge, vielleicht bei euch haben wir da. Bei uns LNW, kannst du denken. Ich hoffe nicht, dass bei uns Feiertag ist. Wir leben in Afghanistan. Oder selbst wenn die Kiosk, Kiosk hat immer auf, Alter. Weil du deine Firm zu mir fahren, Dinger. Hast du? Deine Firm zu mir fahren. Bei uns gibt's eine Tankstelle, wo du Red Bull für fast 6 Euro holst. Ja, übertrieben, Alter. Dankeschön, das Aussie. 6 Euro. Dankeschön, genau wie Yassin, Dinger. Du gibst ihm dein Herz, dein Leben. Der gibt nicht mal laut, weißt du was? Fertig. Warte da. Alles mal mit. Jank, nahe wie Yassin, nahe wie Yassin. Ruhe. Ruhe. Ich hab nicht die MpA auf. Ich hab sie nicht, Jankati. Sonst muss ich mit deiner Frau reden, sag's dir. Oh, bitte nicht. Aufpassen. Aber Jankati, du hast die Jank auf. Bitte nicht. Oh, besser. Oh, besser. Ich hab die Karte nicht. Besser, besser. Du hast die Karte. Jankati. Jankati nicht, du hast die Karte. Sag, wenn ihr reingeht, ich will auch was im Kuchen. Ey, Yank. Du kriegst nichts. Hallo. Ich shit, Junge, geh mal weg. Nein, ich ess gerade nicht, Wallah, ich ess nicht. Wenn du willst, ich gib dir so einen. Was, ja, Junge, ich nehm ganz die Packung. Sag einem, von mir schenk ich dir. Mit Herz, oder? Dann nimm es gerne. Wallah, ich schenk dir. Ich bin sowieso nicht so ein Fan der Chips-Type. Schau mal mich dem alles, Karte. Ja? Ich ess lieber dich. Junge, ich brauch Gold, nicht du. Junge, nee, ich brauch Gold. Ich hab 4755, warum? Wieso wenig? Es gibt's Leute, die nehmen's einfach vor deinen Augen weg. Ja, wer soll dann, Alter? Denk er ja. Hashtag yesen. So. Yesen. Oh, die sind schon reingegangen. Ich geh jetzt runter, da ist alles geplündert. Das ist schon reingegangen. Oh, die sind schon. Ich brauch noch einen. Hat jemand Minis zufälligerweise gehabt? Oh. 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 Boah. Boah. Weine. teu Pänd deschiefs Boah. 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 Broahשה. duct 6 Boahaha. Boah, mach die Foot لوke auf. Boah. 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 Meinst du, kennst du, meinst du Meinst du, kennst du, meinst du, kennst Jank, spielst du DMP oder nicht? Jaja Okay Boah 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 Mittlerweile schon wegen dir Boah Und mit Pumpgun tatsächlich Aber das weißt du ja Boah Boah Also wegen ihm spielst du auf einmal mit der Pumpgun oder was? Ja guck, guck wie er ankommt, du geil ankommt Arm und nachholen, Digga Nein, Pumpgun Ist doch wieder los Nein, ich muss sagen, was ich spiele DMP spiele ich wegen dem Nein, Papa Nein Papa Darkin Pumpgun spiel ich wegen dir Andere soll alles nicht mehr So weit Läuze Pumpilgern Meinst du, unge oder was? Mein den richtigen, unge, also unge mit der dicken Lunge Ich zeig dir gleich, ich zeig dir gleich, was unge reißt Super Nur zuerstlicher Vogel Hey, hier ist Champagner. Champagner für alle. Champagner für dein Brain. Champagner für dein Brain. Pocaine für die Pain. Drachim. Drachim. Jasen. Jasen. Was ist das? Hast du schlecht geplant oder was? Wanne! Wanne! Mich nass ich den Koran gleich Müll dran erwerfen. Ist immer doch der Sohn. Einmal da können die Gutserver aus dem Osox oder? Sein Gutserver ist gläubig. Aufpassen. Zertifikat. Zertifikat für was? Gottesdienst. Wer macht Gottesdienst, Alter? Gottesdienst. Der Marvin hat jetzt einen Server wo Gottesdienst draufsteht. mit R-Zeichen. Rechtlich geschützt. Pate 2. Pate 2. Das war Alexa, dieser Server. Hat sich rausgestellt allein. Balle. Ich bin jetzt weg. Balle. 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 Mach mal auf Brot-Busherdienst. Balle. Bereits zum Weg. Verlass du's selber? Machen wir einen Tausch gegen MP? Nein Ja die brauch ich Lass mal eine Flasche hin Hier nimm die Feuer Am Boden kriegst du 100% Flasche oder? Oh Ich gucke dir, ich blasche da vorne Als man jedes Mal gekauft Mit meinem fetten Penis Mit meinem fetten Penis Und Rinder Mit deinem dicken Hedder Der Tisch hat nur eine Traktur Herr Peach, wo ist mein Motorrad? Hallo Hallo Jetzt hat dein Motorrad einfach verloren Was? Darf ich dich bitte Darf ich dich bitte in den Haar schwecken? Ich hab eine Tausend mit mir Er verliert auch unser Motorrad Motorrad ist weg Ich hab das weg gemacht Digga Das ist unter der Erde Aber nicht Hey Digga, ihr Wichser Wichser Wettbeleger Ihr Heuchler Ja Heuchler Ja Heuchler Wer jetzt hier raus Wer schießt denn? Ada Ada Muss tanken gehen Lade Wir müssen die pushen hier, komm Die schwimmen aber wie so kleine Fische War's das, ja? Was war das? Oh, wir bleiben auch hier Oder wohl auch jemand wiederbelebt Ja, das würde ich sehen Ja, wie fährst du? Der macht den Autosalbromen Oh, hast du gesehen? Hast du gesehen? Äh, ich muss euch was über Frauen sagen, hört mal zu Haha Hala haben gelacht Heide söhldee Heide söhldee Oh, wie war das Motorrad? Heide söhldee Ja, und du hingelaufen was ist, wie wir aufgeschossen hast Hi ich komme gleich immer die fresse da hinten gib mir rechte dass ich hochmoven kann ich seh das ich sag das morgen bescheid das ist voll behindert wusste ich gar nicht ja, movt mich dann gleich bitte wieder hoch ich komme gleich warte mal kurz ich komme gleich ich muss kurz mit dem Kunden reden dann geht es das nicht man, das nervt mich ja, ich schreib einfach warte, ich mach mal jetzt der wird eh sterben der wird eh sterben ich hab ihn mein Gott, mein Gott mein Gott, mein Gott du bist da? pass auf, Bray, da, ne könnte kritische Situation werden hol ihn dir, Ara ich hol ihn auch ich hol ihn auch oh, der hat mich geholt oder auch weg, oder? ne, der überfährt mich jetzt ja, der hat mich gefickt 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 ach ja, ich bin tot ja, der hat mich gefickt 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 kennst du die nicht oder was? die ist Wrestling genau Smackdown, Junge kannst du medkissen? ja er hat jetzt nicht mit einfach dein Arsch so und dein Gesicht dazwischen und dann so was zu brauchen Jack, lass mal da weg, weil sie aus dem Kicken hast du ne Idee? schneller sein ey, ich brauch ne Sniper, Digga ich fick die MP du brauchst gar nichts na? komm ey, ich hab das irgendwie gefixt aber bei wem hab ich das gefixt? kamst du jetzt rein, oder? ja, ja hast du doch gesehen da vorne ist einer ich komm hier rein ich komm hier rein ey, ey, Palle pass auf Palle ich treff nichts Digga, ich falle runter oh, fuck oh, fuck oh, fuck da ja 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 ja